was ich habe die karte nicht genommen ich bin davor weg einfach weg ich kann es nicht mehr ich packe es nicht mehr okay alles ist gut so hier wird abgespeichert damit wir uns den weg das nächste mal einfach ersparen hätte ich eigentlich früher drauf kommen müssen ja 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 mein hund ja ja dem passt das auch nicht mehr so du hüpfst mir jetzt hier nicht mehr rum ich habe satt genau hier geht es jetzt lang und so eine zweiten zu kommen und okay ich muss mir merken ich kann jetzt nur noch zwei von diesen töten hier erledigen nur zweimal geht das noch wo geht es jetzt lang ach so bei der goldenen röhre das war ja das letzte mal so jetzt wird hier mal gespeichert bitte was was ist denn das für ein was ist denn das für ein speed hack alles klar alles klar mein lieber was ist hier passiert was ist mit dem warum warum kann er so was stell toll was mache ich jetzt moment alles klar ich muss hier sowieso lang alles klar und dann tschüss ich kann hier nicht mehr sein ich kriege psychische störungen okay das level ist ja auch dann total deutsch okay es bleibt uns nur noch das hier wo bin ich ach so da rechts oben wir speichern hier alles klar alles klar nichts ist klar was du kommst da hoch was ist mit dir was zum ich wollte gerade abspringen gehen warum funktioniert das nicht so ich speichern hier mal ab nein was ist wenn gehär war tut mir leid aber oh 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 gott okay 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 das war die blaue karte okay und hier wird es so richtig commander keen stylisch wir haben die blaue karte für die blaue tür und die blaue tür müssen wir jetzt natürlich finden dann ich gehe mal hier rüber da wo missi oh na kommst du runter und ich gehe mal hier oben okay genau und die was das war jetzt gemein das war mega ultra gemein was ist was ich ach so fußball die leute schreien hier auf der straße okay ich weiß schon fußball EM und so so kommst du hier runter ja dort nach hinten kannst du dich verschüssen ja das passt oh oh da muss ich aber noch hin was also ich würde da gerne mal durch aber es funktioniert hier nicht okay im Moment so na komm her okay hier kommt man jetzt das was kann mir das jemand erklären nein ich glaube nicht das liegt das schieben wir es auf den Schwierigkeitsgrad also ähm schon ein bisschen gemein hier was gerade so passiert ja ja in der Zwischenzeit können wir uns die Punkte hier holen ja der kann sich dahin verschüssen es ist mir eigentlich im Prinzip recht ja der muss hier ein bisschen weiter weg acht auf den Boden äh die Blöcke haben Risse ach tatsächlich tatsächlich aber nach oben kann man nicht mehr das ist auch schade ja okay Moonwalk auch gut Momentchen mal was habe ich äh was ich wollte eigentlich gucken was ich für Atems habe aber ich habe die rote Karte und die rote Karte ach dorthin ja komm kommt ihr Dödel kommt kommt so ich habe keine Geduld mehr für die okay hier speichere ich mal ab die grüne Karte haben wir jetzt und somit können wir hier wieder zurück na nein was machen die denn oh oh pff haha okay wir laden so ich muss dann leider wieder weg es hat richtig Spaß gemacht wenn das Spaß gemacht hat dann weiß ich auch nicht aber vielen Dank für das Kompliment ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch und wir sehen uns wenn nicht hier dann auf YouTube oh sieh mal einer an das ist mir jetzt gelungen okay was ist denn hier aha hier gibt es ein Secret oder was wozu habe ich dann diese grüne Tür dort äh gehabt ich weiß nicht für einen anderen Key der mir eh nichts gebracht hat ich äh keine Ahnung eventuell rede ich hier auch ja Mist okay hier wird noch nichts angezeigt okay ja ich hab gelesen dass das oh nein dass das einer der kleinen ähm Macken noch sein sollte dass gewisse Boxen sich noch nicht öffnen lassen habe ich gelesen äh bis auf äh bis auf das und ein paar andere kleine Bugs äh soll das Spiel ja eigentlich äh komplett sein okay letztes Level hier äh oh nicht laden sondern speichern äh Lupismin okay so jetzt bin ich mal gespannt ähm was wäre wie wo hier unten sind lauter Punkte interessiert mich auch recht wenig oh oh ja ich hab vergessen dass man hier wieder rumrutscht ist das eigentlich relevant hier was ich mache ich hab das Gefühl dass hier nicht mit alles mit rechten Dingen zugeht okay hier kommt man anscheinend zum Secret oder so ja ich hab vergessen okay dass die dass die Blöcke hier nicht mehr rumrutschen okay das soll ich jetzt vergessen okay eine blaue Tür okay zumindest schon ein äh ein Hinweis darauf was ach da oben ja hätte ich ein bisschen besser geguckt hätte ich es früher bemerkt ja ich weiß das ist aber so das sehe ich das bin typisch ich so hier speichere ich mal dazwischen hier war ich ein bisschen lucky oh oh ich möchte da nicht nach unten ich weiß dass da ein Secret ist ich weiß dass da viele Punkte sind aber das ist jetzt im Moment nicht das wonach ich ähm ja ringe ich möchte das Spiel einfach nur auf Elite erschaffen das ist einfach dieses Goal okay okay hier ist so ein kleines Männchen und das ist äh was ist mit dem oh ich äh speichere mal hier weil ach das stößt mich nur ich dachte es okay ich dachte es wäre ja schädlich ist es ja aber ich dachte es würde viel mehr ausrichten als ich äh gedacht habe okay und das sieht hier oh ich bleib hier mal stehen das sieht hier wie ein Boss aus ja das ist das habe ich schon mal irgendwo gesehen ne okay wir haben das Spiel geschafft hier steht Commander Keen returns to the ähm beam with bacon mega rocket and quickly replaces the missing parts äh ja Punkt he must get home before his parents do alles klar ich drücke gerade ein bisschen was ach das soll das schöne Maß sein ja rot knallrot ist er das stimmt ach hier ist noch ein Schiff aber Keen landet in Nordamerika so ganz ganz zufällig bemerkt dass hier etwas ist sie stinken er hat kein Interesse und er landet bei sich zu Hause Keen makes it home and rushes to äh to beat his parents upstairs ja Keen macht sich auf den Weg zu sich nach Hause und äh 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 ja die Treppen hinauf damit ihn seine Eltern nicht bemerken Honey let's see if little Billy is asleep also die Mutter wahrscheinlich flüstert hier ob ihr kleiner Liebling schon am Schlafen ist der kleine Billy Billy are you äh what is this one eyed green thing in your room äh Mom can I keep him well we will talk about that in the morning son you get some rest okay Mom good night good night dear also Keen ist mit irgendwas grünem nach Hause gekommen und hat seine Mutter gerade gefragt ob er es behalten darf und sie werden darüber morgen sprechen das war das kleine Gespräch nun denken sie dass Commander Keen jetzt schlafen geht Commander Keen nein dass ihr kleiner Sohn Billy schlafen geht aber hier steht but there is no sleep but there is no sleep for the Commander Keen the Vorticon mother ship looms above ready to destroy earth das bedeutet das Schiff von diesen ganzen Vorticons das Mutterschiff das ja schwebt über der Erde und möchte die ganze Erde zerstören und deswegen kann Commander Keen jetzt nicht schlafen sondern muss sich auf also auf in das neue Abenteuer machen äh back to exit was steht hier ich keine Ahnung ich drücke gerade alles mögliche was ich kann ich drücke gerade auch alle Pfeile aber nichts passiert gerade ich versuche es mal mit der Tastatur nein so okay hier haben wir den Highscore das, das, das das speichern wir hier gerade mal ab so unser Punkterstand wurde abgespeichert okay und wir befinden uns wieder im Anfangsscreen Episode 1 Marooned on Mars haben wir nun auf Elite in der Version von Commander Genius fertig gespielt ich bin auch entzückt sag ich sehr sehr gerne dass wir ähm Commander Keen 4 und Commander Keen 1 heute auch beendet haben ich weiß ich war ein bisschen nicht gesprächsfreudig vor allem am Anfang hier bei Commander Keen 1 aber es lag daran dass ich einfach erstens mit der ganzen Tastatur Tastatur sag ich schon mit der Steuerung nicht zurecht gekommen bin sie ist schon ein bisschen anders ähm das Spiel bietet ja sehr viel sehr viel an äh Collectibles sag ich jetzt einmal wenn man wirklich alles einsammeln möchte dann sitzt man hier wesentlich länger rum als ich aber mein Ziel war es ja nur dieses Spiel auf Elite zu schaffen was ich auch geschafft habe ich werde jetzt ähm den Stream als auch dieses äh Spiel hier beenden ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen auch auf YouTube wenn das Ganze erstmal hochgeladen wurde und wir sehen uns in dem nächsten Stream oder in dem nächsten Video von mir bis dann dann jetzt sowie dann